Es geht weiter mit dem zweiten Teil von Sing Me To Sleep und im letzten Teil hatten wir die Strophe. Jetzt machen wir den Übergang von der Strophe zum Refrain. Das ist dieses... Ja, und das wird wiederholt. Also auch relativ übersichtlich, wie im letzten Teil. Das ist... Ja, das ist der erste Überabschnitt. Auch wenn er sehr lang ist, es wird hier sehr viel wiederholt. Und zwar haben wir hier erstmal H und E. Ich würde auch hier tatsächlich erst das H jetzt mit dem Mittelfinger spielen. Auch wenn ich es vorhin mit dem kleinen Finger gespielt habe. Also zugegeben, ich variiere da schnell. Besser ist mit dem Mittelfinger, weil dann der kleine Finger schon auf dem richtigen Ton parat liegt. Und zwar haben wir hier H, E, E, H, E, E, H, E, E, H, E, E. Viermal. H, E, 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 H, E, E. Drei. Vier. Und dann geht es hier runter. D, C, H, A, E, E. Und vom Rhythmus her. Bam, 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 bam. Bam, 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 bam. Guck mal, das D ist nur kurz und das C ist lang. D, C, H, A, G, E, D, C. Okay, also nochmal den kompletten ersten Überhauptschnitt. Bam, 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 bam. Ja, und jetzt habe ich es schon ein bisschen weiter gespielt, nämlich dieses wird wiederholt ohne das D. Also am Anfang haben wir, dann können wir im zweiten Durchgang mit dem kleinen Finger das C spielen. Ja, das ist streng genommen der zweite Überabschnitt einfach nur. Und das war es auch schon wieder. Also wir haben. Und. Das wird wiederholt. Und. Ja, also das war es schon. Genauso wie ich es gerade gespielt habe. Das waren zwei Durchgänge. Bringen wir jetzt mal die Töne dazu, die linke Hand, die Akkorde. Erstmal haben wir hier. Bis dahin das E, genau wie in der Strophe. Drei, vier, D, und jetzt mit dem C in den Rechnern spielt auch die linke Hand das C. Und wenn wir das jetzt wiederholen vom C, mit dem C in den Rechnern spielt die linke Hand das A. Ja, also können Fingersatzen in den linken, könnte sein Daumen, Mittelfinger, kleiner Finger, E, C, A. Ja, also. Yeah. Und. Das wird wiederholt. Achtung. Rechte Hand alleine im zweiten Durchgang. Da wird nicht mehr das A gespielt. Das ist so ein kleiner Break quasi. Ja, und das war auch schon der Übergang. Hier gilt genau das gleiche wie im ersten Teil. Natürlich kannst du Guck mal hier so Töne spielen, wie ich das mache. Statt E spielt zu E, H, E. Einfach unten, Mitte, oben, Mitte, unten, Mitte, oben, Mitte. Dumm, 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 dumm. Dann das gleiche von C aus. C, G und C. Gern auch hier oben. Und dann das gleiche von A aus. A, E, A, E, A, E, A, E. Übrigens hier natürlich so ein Übergang. mit dem kleinen Finger. Guck mal, das hier ist ein weiterer Sprung. Ja, deswegen ist es wichtig, dass du da rechtzeitig dich vorbereitest, nicht erst in letzter Sekunde hinspringst. Und das hier könnte auch ein Überabschnitt sein. Den du auch gerne 100 Mal wiederholen kannst, um einfach diesen Übergang hier zu trainieren. Und du kannst auch sogar erstmal nur diese Zweitöne spielen, um mal zu gucken, wie gut das klappt. Und wenn es gut klappt, kannst du es auch gerne noch 20 Mal wiederholen. Das kostet nur ganz wenige Sekunden. Und dein Gehirn würdest dir danken, weil du das einfach motorisch dann lernst. Du bringst es deinem Gehirn, bringst du diesen Abstand hier bei, indem du das 20, 30, 40, gerne 100 Mal wiederholst. So funktioniert übrigens Orgelspielen auch. Guck mal, wenn ich jetzt an meinen Füßen noch Pedale habe, der Organist hat genau wie die Klaviatur hier zwei Oktaven ungefähr unten an den Füßen. Und diese Töne, die sind natürlich größer, damit die Füße dann auch einzelne Töne treffen können. Aber die spielen Organisten blind. Und wie können sie das? Wie treffen sie die Töne blind? Weil sie genau solche Übungen gemacht haben. Ja, dass das Gehirn diesen Abstand lernt. Okay, das nur ganz nebenbei. Das war's mit dem Übergang jetzt, mit dem zweiten Teil von der Schufe zum Refrain. Im nächsten Teil geht's dann weiter mit dem Refrain. Bis dahin. Das war's mit dem